Ich könnte 10.000 G-Sticks für diesen Satz sagen. Ich liebe unsere Bloopers. Wir müssen irgendwann am Ende so ein Blooper-Compilation machen. Oh, hallo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallihallo. Ist das jetzt ein Test? Ja, wahrscheinlich. Aber wir können ja schon mal anfangen. Ja, warte. Motivation ist da. Veranstalten. Und wir haben uns eigentlich ge... Yeah, you guys. Dies ist ein Test. Ein Test, bei dem Nuschien ein wenig tot aussieht. Test, Test, Test. Ja, da komm ich durchs Alter. Hast du jetzt auf Play gerade? Ja, was? Ja, hab ich, aber... Okay, sehr ruhig. Machen wir? Machen wir. Ich hab ganz, ganz, ganz so meine Lippen gedreht. Kannst du sehen? Warum machst du sowas? Keine Ahnung. Ich war nicht darauf kooperativ. Nein, das ist kein Rieses. Das ist gar nicht komisch. Lernt in Workshops... Na, schon gespannt? Dann habt ihr die Chance, euch hier anzumelden. Gemeinsam... Sorry. Jupp Berlin ist natürlich... Achso, natürlich auch am Start? Natürlich mit am Start. Ah, das muss ich so sagen. Na, schon ges... Oh Gott, was mach ich da? Ich bin so ein Girl, oder? So sah das gerade aus. Ähm... Hey! Achso. Sorry.